Insektenwelt Hallo, ich bin Janis und das ist meine Mutter Maike. Wir sind als App-Tester auf dem Naturgut Obhofen in Leverkusen unterwegs. Mama staut sich Insekten ja lieber in Büchern an als in der Natur. Ja, aber mit der App macht das richtig Spaß. Wir zeigen euch heute die App Insektenwelt vom NABU. Mit der kann man die häufigsten heimischen Insekten bestimmen und auch gleich kartieren. Und wenn man sie gefunden hat, beim NABU melden. Lass uns endlich anfangen. Ich habe die App schon runtergeladen. Öffnest du die App? Dann musst du auf Fotografieren gehen. Fotografieren. Schau mal, was sitzt denn da? Nimmst du dran? Ja. Mist. Jetzt kannst du den Ausschnitt bestimmen und auf Bestimmen drücken. Und siehe, da ist es eine westliche Honigbiene. Jetzt kann ich sogar einspeichern, dass wir die Biene hier in Leverkusen gefunden haben. Und zu lesen gibt es auch noch eine ganze Menge. Das ist echt interessant. Die App Insektenwelt vom NABU ist kostenfrei und sowohl für iOS als auch für Android geeignet. Ich benutze die App am liebsten auf unserem Balkon in Omas Garten oder auf der Straße. Oder einfach überall, wo was krabbelt. Mit dem... 20 Prozent, das ist kein Rläufer. Die App nach dem nächstenarıft. Das stimmt. Die App in den nächsten Räume. Keine können sie mitlegenden Hals. Ziel mythisch? Vielen Dank.